Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 16. April. Heute haben wir dabei das iPhone SE, Magic Keyboard, Pokémon Go, YouTube, Instagram und Amazon. Beginn tun wir mit dem Apple iPhone SE. Ihr habt es wahrscheinlich eh schon gehört. Gestern hat Apple Klammheim nicht, weil große Events sind ja zurzeit nicht, auf der Webseite mit einem Spot das neue iPhone SE vorgestellt. Manche nennen es auch das iPhone SE 2 oder iPhone SE 2020. Das hat 4,7 Zoll, ein Retina HD Display mit True Tone, Dolby Vision und HDR10, vorne ein Touch-ID-Sensor mit einem Home-Button. Innen drin ist ein A13-Chip. Es hat Haptic Touch anstelle 3D-Touch, wie die aktuellen 11er-Geräte auch. Sieht so ein bisschen aus wie ein iPhone 8 mit logischerweise dann neuerer Technik. Eine 12-Megapixel-Kamera hinten, Single-Optik, kann aber durch die Software natürlich trotzdem den Portrait-Modus auch. Hat eine IP67-Zertifizierung und ist Wasserresistenz damit für ein Meter bis, ne, bis ein Meter für 30 Minuten. NFC für Apple Pay, ja, und ihr bekommt es in drei Farben, schwarz, weiß und rot. Preislich liegt es bei der 64 GB Variante für 7, nee, nicht 7, 4, 79 Euro. Für 128 GB werden 529 Euro fällig und die volle Lotte mit 256 GB sind für 649 Euro zu bekommen. Das Ganze ist ab Freitag in den Apple Stores zu bestellen und wird den folgenden Freitag dann ausgeliefert, also der 24. April. Ja, könnt ihr euch angucken und bestellen, wenn ihr wollt. Was ihr jetzt auch nämlich bestellen könnt und euch auch angucken könnt, wenn ihr wollt, ist das Magic Keyboard fürs iPad Pro. Das wurde ja vor ein paar Wochen zusammen mit den neuen iPad Pros vorgestellt. Das ist ein Keyboard, wo das iPad Pro da so ein bisschen drum schwebt, fast wie ein vollwertiges MacBook Keyboard mit einem Touchpad, mit einem USB-C Anschluss, der durchgeschleift ist, mit dem ihr dann das Teil auch laden könnt, also auch das iPad Pro. Hintergrund beleuchtet, ja, was soll man dazu sagen? Kompatibel auch mit ein paar älteren Versionen des iPad Pros, zum Beispiel mit den letztjährigen Versionen. Das wäre dann die Version 3 bei dem 12.9er und Version 1 bei dem 11er. Und ja, stolz ist auf jeden Fall der Preis, denn wenn ihr das kleine iPad Pro habt, dann kostet euch das 339 Euro. Und wenn ihr das große iPad Pro habt, dann kostet es euch 399 Euro. Und das sind ja Preise, da kriegt man bei anderen Händlern schon einen kompletten Laptop für. Ja, also könnt ihr euch überlegen. Nächstes Thema, Pokémon Go. Die möchten halt auch gerne, dass die Spieler zu Hause bleiben und da auch spielen können und auch Geld ausgeben und deswegen gibt es jetzt ein neues Update, ein neues Feature. Es gibt Fern-Raid-Pässe, die die Pokémon Go nicht spielen, werden jetzt kein Wort verstehen. Die, die Pokémon Go spielen, wissen sofort, worum es geht. Ein Raid in Pokémon Go, da geht man irgendwo hin zu einer Arena und dann kann man kämpfen. Das kann man alleine machen. Manchmal muss man aber auch im Team kämpfen. Ja, und das ist gerade aktuelle Zeit eben nicht so dolle. Und mit diesen Fern-Raid-Pässen kann man dann von zu Hause aus auch im Team woanders raiden gehen. Dafür werden dann 99 Cent fällig für so einen Pass. Also da kommt auch viel Geld bei Niantic rein. Es soll aber auch Pakete geben für einen Pokécoin, wo auch so ein Fern-Raid-Pass mit drin ist. Warten wir mal ab. Auf jeden Fall eine interessante Sache für die Pokémon Go-Spieler. Nächstes Thema, YouTube hatten wir ja gestern schon. Da tut sich ganz viel. Die machen etwas und die testen auch wieder. Denn das nächste Feature haben nur ein paar Nutzer bislang überhaupt freigeschaltet bekommen und entdeckt in ein paar Videos. Denn das ist der Kapitelsprung. Ähnlich wie bei DVDs oder Blu-rays früher, kann man so halt in einem Filmvideo einfach weiterspringen. Also, ja, die Einleitung kann man überspringen. Vielleicht, weil nicht, wenn man etwas auspackt. Wie auch immer, das ist wahrscheinlich dem Creator überlassen, der das Video entsprechend dann halt auch vorbereitet, wenn das hoch lädt. Ja, wie gesagt, die Funktion ist noch nicht breit ausgerollt. Wird anscheinend erstmal nur getestet. Das würde mich aber nicht wundern, wenn wir die auch demnächst irgendwo mal sehen. Nächstes Thema, Instagram hatten wir auch. Also, da tut sich auch viel. Die haben jetzt in Amerika eine Funktion eingeführt, wo man in einer Instagram-Story einen Sticker hinzufügt, mit dem bei einem Restaurant Essen oder ein Gutschein bestellt werden kann. Dafür haben sie den Partner Schaunau gewählt. Das ist eine Order-Plattform für Restaurants. Die entwickeln halt praktisch den ganzen Online-Hin-und-Her-Zeugs-Krimskrams ab, um die Bestellung drüber zu reichen. Und übergeben es dann an einen Lieferdienst, wenn nicht der Restaurantkoch oder sonst wen selber liefern möchte. Schöne Sache, weil gerade den Restaurants geht es ja, aber generell der Gastronomie in der aktuellen Zeit nicht so toll. Ich glaube, das werden wir in Deutschland nicht sehen, dieses Feature, denn hier haben wir ja eh noch Lieferando. Die sind jetzt auch eh so nicht der Brüller. Und ich glaube, die sind auch unfähig zu. Die können auch niemals ihre eigene App vernünftig irgendwie machen. Aber das ist eine andere Geschichte. Deswegen ab zum letzten Thema für heute. Amazon. Die müssen in Frankreich ihre Warenhäuser, Warenlager, erstmal schließen, temporär. Dafür gab es ein Gerichtsurteil. Das hat die dazu verknackt. Sie dürfen zurzeit auch nur essentielle Produkte ausliefern, was auch immer das heißt. Wahrscheinlich Sachen, die man zum Überleben braucht. Und eben nicht, weil sie nicht das neueste Call of Duty, meinetwegen. Ja, und worum geht es? Es geht darum, dass, weil so viele online bestellen, Amazon ja ganz viele neue Worker eingestellt hat. Und ja, dass da jetzt Bedenken sind, dass da nicht sichergestellt ist, dass Kontakt passiert und dann der Virus sich ausbreiten kann. Das muss jetzt erstmal gescheckt werden. Amazon hat dafür dann jetzt erstmal bis zum 20. Zeit. Und dann schauen wir mal weiter, was das Gericht in Frankreich so sagt. So, und das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch jedenfalls einen großartigen Donnerstag. Bleibt gesund und bleibt positiv. Und ich hoffe, wir hören uns nochmal zum Ende der Woche hier bei uns im Geek Talk Daily. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.